Ein wunderschönen guten Tag, mein Name ist Pexel und ich heiße mich herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Ark Operation. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Übrigens für die Leute die mitspielen wollen, falls sie den Stream noch später sehen, ihr könnt gerne mitspielen, in der Videobeschreibung ist verlinkt, wo man sich anmelden kann für den Server, dass man auch mit auf den Server kann, wir haben einen eigenen Server mit 20 Slots und wenn ihr dann mitspielen wollt, einfach auf den Link das Formular ausfüllen, weil wir lassen nämlich nur die Leute drauf, die angemeldet sind, damit wir nämlich, wenn irgendjemand kommt und Scheiße baut, die entsprechend dann auch runterschmeißen können, weil sowas wollen wir nicht haben. Fangen wir bei Hart an? Ich schmeiß den, den, den anmeldet Link schmeiß ich bei mir auch in die Videobeschreibung. Okay. So hab ich hier mein gespeichertes nicht mehr? Neuer Server und neuer MIP. Ja, aber es ist doch auf meinem Profil, oder? Naja. Gespeichert. Naja, meine Vorlage und die Charaktervorlage. Naja. Oh ja, ich hab auch nichts mehr, weil ich wollte nämlich auch mein Preset laden. Ja, naja, dann müssen wir halt jetzt einstellen. Du, das dauert. Warte mal. Warte mal. Okay. Ne. Ne. Oh je, das sind doch alle das hier missgestalten. Ach, das geht sogar teilweise, ne? Findest du? Oh, ich hab Arnold Schwarzenegger in schwarz. Ey. Ja, so ändert die auch schon. Ja, ist cool. Naja. Ne, okay, gut, also dann... Ne. Wir stellen weiche Beine. Ne, nehmen wir mal so was hier kommt, ist ein bisschen verbrannt von der heißen Sonne, die es da ja gibt, ne? Die Farbe, die, äh, äh, Haarfarbe ist weiß, weil, ne, Albino und so. Haarfarbe weiß? Haben wir rot? Ne, haben wir nicht. Okay, Kopfgröße. Aber Face. Aber Face. Wenn ich anfange, dann hab ich wieder dann übelst ein Missgeburt. Aber kann man jetzt mehr einstellen? Ein Missgeburt? Also ich hab's mir, glaub ich, ein bisschen einfach gemacht. Wie denn? Alles auf links. Was? Ähm, die Hände von dem Typen, den ich hier hab, voll klein. Im Gegensatz zu der, zu der Größe von dem Typen. So, wie krieg ich denn hier die Rumpf? Äh? Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Also das Portal, ich bin, ich bin gestern Abend einmal ganz kurz gespawnt. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich bin gestern Abend nur einmal kurz gespawnt bei diesem Portal. Das ist das, was wir mal bei Twitter, haben sie mal so ein Portal gepostet, was kaputt aussieht wie so kaputte, alte, verlassene Stargates. Das ist das. Ähm, du, keine Ahnung. Easy ist halt vielleicht, vielleicht nicht grad easy, oder? Sollen wir mal irgendwas? Nimm doch Rat. 4. Ja, genau. Ja. Echt? Nein, komm, lass uns das Portal nehmen. Normal easy nehmen, oder? Normal easy. Oder Portal? Äh, das ist aber easiest. Das ist ja Kindergarten. Äh, eben. Also nehmen wir easy 1. Äh, Lake 3? Von mir aus Lake 3, ja. Bei allen guten Dinge sind 3. Wir sind 3, fertig. Also 3. Also 3, ja? 3. 3? Also 5, ja. Also 4. Geht 5? Ne, 5 gibt's gar nicht. Also 4. Okay, ja dann. Also überlebend, ja? Create new survivor, ja? Okay. Die will die Nummer 3. Genau, die haben wir gewählt, um zu reden. Ne dumm zu denken. Okay, ich starte. Ich auch. Ich bin tot. Nein, bald jetzt. Ja, wir müssen tribe machen. Ich sehe Pilze. Ja, essen, essen, essen. Geh mal auf den Stein. Äh, da drüben sind schon direkt, äh, irgendwelche Viecher. Ähm, wo seid ihr? Oh, fuck. Geh, ich geh auf den Stein hoch. Haha, wie geil. Hast du, habt ihr mal Pilze abgenommen? Wie das dann aussieht? Pilze abgenommen? Was? Ich hab, ich hab hier nur Pilze abgegrabbt und jetzt, äh, sterbe ich schon gleich, weil ich, äh, ja ich sterbe. Okay, ich bin tot. Ähm. Ja, läuft bei dir. Ähm, wie, wie können wir uns denn finden am besten? Boah, wo, ich, ich bin bei nem Spino. Ich bin bei nem Spino. Ah, du darfst ja nicht in die Nähe gehen von den Pilzen. Welche Pilze? Oh, ich hab ne Schülkröte. Welche Pilze meinst du denn? Schülkröte? Und dir, sondern wahrscheinlich was aus und dann, äh, ach ich Idiot. Fuck. Nein, 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 nein. Okay, gut. Respawn, random location. Ähm. Fängt das mal gut an. Wie können wir uns denn finden? Ja. That's a good question. Ähm. Also ich bin... Was ist denn das? Es ist... An dem Baum? Da ist ein Krebs. Ja, bin Dodo. An dem Baum. An dem Baum. Willst du mich verarschen? Also ich bin hier am... Ja, gut, dann halt an dem großen Pilz. Ich bin an nem See, wo ein Spino drin ist. Ich... Ich seh wohl auch nem See, aber ich weiß nicht, ob da ein Spino ist. Der heißt ein Spino, der läuft grad so mehr oder weniger am, äh, fast am Land rum. Ja. Ja, ich bin oben weiter. Oben? Agrivit Mashroom, Abwaltig Mashroom. Kann ich grad Pilze abernten? Hier sind Fliegenpilze. Weil ich muss eh runter wegen Wasser. In einem See so längliche, große, hohe Pilze, die aber relativ dünn... Ja, dann bin ich auch da. Oh, ich bin fast tot. Ja, genau, das sind die an den Pilzen. Du musst aufpassen. Bei den roten Pilzen, glaub ich, kriegst du Hallonszenation. Ich hab mich ersticke. Was ist das denn? Ja, genau. Du... Da ist wahrscheinlich dann so Nebel oder sowas und dann... Puh, das hab ich aber grad so überlebt. Ja. Also ich bin bei diesen länglich hohen Pilzen. Da ist auch ein Spino und ne Krabbe. Ja, Baby. Wow. Shit. Oh, hier fliegt Holz rum. Cool. Ja, Baby. Da ist Holz. Ach du scheiße was hier los, Alter. Hier plöppt Holz aus dem Boden. Und Kristall. Ich hab Kristall. Ich bin bei so ne Krabbe. Und ein Spino. Ich hab Green Gem. Obsidian. Gefliegt da. Ist ja cool. Oh, da ist ein Raptor. Ja. Oh ja, hier... Hier... Hier fehlt dann echtes Zeug runter. Ist ja krass. Ja. Vor allem hat's auch äh... Mittlerweile dieses ähm... Icon, ne? Äh... Diese... Ja, ja genau. Diese Meshes. On-Ground-Mashes meinste, ne? Genau. Äh... Bei mir ist jetzt ein Raptor. Hier mal ein Stückchen weiterer Höhe. Dieses Bing kommt wahrscheinlich von den Sachen die runterfallen, ne? Ja. Wann hört denn das mal wieder auf hier? Ich hab... Ich krieg Funkelwut... Ah, so gut, ja klar. Äh... Äh... Holz vom... 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 Pilz. Wann hört das auf hier? Siehst du so ein Lilane... So eine Lilane... Ähm... So ein Lilane rauch der von unten hochkommt? Mh... Ne. Siehst du die Krabbe am... Am... Am Land... Am Rand vom... Vom See, die so... Ja. Die seh ich. Ja, die seh ich nämlich auch. Ich... Also seh die auch... Ich bin unten am Wasser. Weil da ist direkt ein Spino daneben. Ja, ich bin direkt neben Spino. Äh... Ah, ich seh dich. Ich seh dich, Shadow. Ich seh dich. Bleib stehen. Die sind nämlich auch ein Raptor. Ja, ein Spino seh ich, ja. Genau. In dem Wasser ist eine Krabbe. Ja, genau. Und am Rand vom... Und hinter dir ist eine Krabbe. Ja, ich bin hinter dir. Ja, ja. So... Was haben wir denn für Engrams? Also wir stehen hier am... Am... Dings. Am Land. Komm doch einfach mal am Land vorbei. Ja, geht ja nicht, weil... Da ist eine Krabbe. Hä? Ich... Äh... Stell mich nicht auf der anderen Seite vom C. Ja, dann... Lass uns weg... Irgendwie nach oben erstmal... Das muss mal weiter hoch gehen, oder? Ja, bis... Ja, genau. Lass uns mal bisschen hoch gehen. Und bisschen... Äh... Fahren oder so fahren. Um Klamotten zu machen. Danke, Fire. Was ist das denn hier? Vielen Dank. Ein Glowbug. Ja, da kannst du, glaub ich, dann, ähm, dir Charge holen, also die... Die Elektrizität, wenn du das brauchst. Nee, ist auch schon unter Strom. Darf ich dich boxen? Äh, nein, bitte nicht. Also in dem C sind drei Krabben und ich find's witzig, wie die immer von unten nach oben springen. Immer so. Hup. 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 Ich... Ich geh nochmal ein kleines Stück höher. Ja, lass uns hier hoch gehen, ja. Nee, da kann ich nicht hoch. Wenn wir hier überhaupt hoch kommen. Ja, komm mit, ich bin auch runter gegangen. Wo seid denn ihr jetzt eigentlich noch? Oh, da ist ein Raptor. Äh, ja, ich hab Shadow Guard wieder verloren. Ich bin um den Stein gelaufen. Ich bin hier noch. Ja, der Raptor. Über uns ist ein Raptor, ne? Ja, das ist schön, dass du da wo ist. Äh, ich verdurste. Ja, also wir müssen... Ja, ich auch. Wir müssen wieder runter zum Wasserrotz. Haben wir ein Problem. Nee, wir füllen immer noch kein Dings auf. Gut, dann muss ich mal ans Wasser. Ich geh wieder unten am Spass einfach hin. Weil der Spin und der tut so ja nix. Äh. Ich muss irgendwie ne Axt jetzt erstmal machen. Und das nicht ein Lagerfeuer machen kann. Ich brauch irgendwas zum Essen. Äh, klar. Oh, Scheiße. 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 Ja, ich hab neue Einstellungen machen müssen. Ich hoffe, es fängt sich wieder. Aber, also vom... Vom OBS her, sieht alles gut aus. Ich bin gestorben. Ja, wir haben harten Struggle. Und ich werde das aufsterben. Ja, ich ergeb mich einfach. Oh, meine Leiche. Ich seh meine Leiche. Oh, ich hatte schon so viel Holz. Oh, ja, ich seh's. Oh, fuck. Ein bisschen, ja. Ähm. Okay. Dann muss ich mal gucken, wenn es nicht besser wird, dann... Oh, der Raptor steht da immer noch da. Dann muss ich mal kurz rausmachen, wieder anmachen, dann muss ich Einstellungen ändern. Hier ist ne Krabbe an Land. Hättest du den Raptor nicht nur ein Stück wegziehen können. Ne Krabbe an Land, aber im Abgrund, oder? Abgrund? Also, da geht ne Wand hoch, kann das sein? Hier geht überall... Das ist ne verdammte Höhle. Ich bin schon wieder tot. Ah, schwer zu erklären, alles, ey. Ja. Also, ich hab auf jeden Fall schon mal ein Dodo. Okay. Das heißt, ähm, ich habe jemanden, der mich beschützen kann. Genau. Genau. Ein Dodo. Ich bleib jetzt hier oben und mach mir jetzt mal Sachen, ey. Ich bin schon wieder gestorben an dem blöden Raptor, ey. Was können die Krabben? Ich töten. Wahrscheinlich. So, ich bin jetzt auch am Wasser. Okay, gut. Ich seh's grad, dass Stream laggt. Also, ich würde jetzt hier mal ganz kurz Stream ausmachen, ne Einstellung ändern, und Stream wieder anmachen. Wir haben einen Schaf gefunden. Wir haben einen Schaf gefunden. Äh, ihr Schaf. Kann man die Pizza essen? Oh, klar. Ah. Hier sind sogar zwei Spinos. Wo ist der Plan? Da vorne ist die Stelle, wo wir grad waren. Band nach hoch. Ist der Raptor jetzt da ein Stückchen weiter weg? Keine Ahnung, ich bin schon wieder gestorben eben. Oh, hier gibt's neues. Neues Holz. So, guck mal, ob das Stream jetzt besser läuft. So, ich hab jetzt mir grad mal noch ein Level gegeben. Dann mach ich mal grad die hier. Ja, sieht glaub ich schon besser aus. Kann ich das eigentlich auch schon bauen? Fehlten mir? Thatch fehlt noch ein bisschen was. Ich hab grad total den Verfolgungswahn hier. Echt? Also, bei mir geht's grad momentan. So. Oh, scheiß Dodo, alter. Okay, mein Dodo. Schützt mich, gell? So, kann ich das eigentlich alles spoilen hier? Diese ganzen Pilze? Oh, fuck. Fuck. Raptor. Dodo. Geht's jetzt besser beim Stream? Super, cool. Dann, äh... War halt auf 60 Bilder eingestellt. Und wenn du halt ne bestimmte Bandbreite nur hast, dann, äh... Ah, shit. Dann bringt's halt nix. Ähm... Hast du ein Raptor gefunden? Hast du ein Raptor gefunden? Ne, Skorpion hat mich gefunden. Ja, mit dem Raptor. Oh, ich bin so leipzig. Aber wie ist es auf dem Stein? Nein. Hm. So. Abwarten und Tee trinken. Ich hab Kristalle, woher... Achso, die sind wahrscheinlich runtergefallen, ne? Die kamen aus dem Boden, oder... aus der Wand, oder... Okay. Achso. Hör die auch dieses Pferdischen Geräusche? Ist aber cool. Ja, die Musik ist... Achso, das war eigentlich grad Mittagszeit, ne? Ja, kann sein. Ja, 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 Mittagszeit. Irgendwas wird hier angegriffen? Ich brauch Stroh. Ja, da ist ein Raptor in die Nähe. Ich mach mich jetzt erstmal schwerer, dann kann ich nämlich besser auf die Zuche gehen. Ich muss erstmal aufwachen. Bist du gestorben, oder? Nein, aufwachen. Ich... wurde betäubt. Mir hat jemand einen Stachel hinten reingejagt. Wer tut denn sowas? Klopion. Und das hast du überlebt, ja? Ja. Ich bin ein Glück auf den Stein gesprungen und dann bin ich erst in Ohnmacht gefallen. Ich bin jetzt klar vor dem Spino. Ach Mist, ich krieg ja jetzt gar kein Holz hier raus, oder? Aus den Pilzen. Doch. Achso, aus den Pilzen? Das weiß ich nicht. Zum Glück hab ich grad noch nicht aufgesammelt. Das. Boah, Spino. Äh, ich will weg. Äh, weg. Ah ja, okay. Mit dem... Mit dem Holz von den... ...Pilzen kann man das auch machen. Kann man auch Sperre und sowas machen. So. Mal gucken, ob man diese Pilze essen kann, ne? Ja. Du hast dran. An oily looking mushroom which glitters gold even in the dimmest... ...haha, lux. Okay. Okay, die geben Essen, die nehmen die aber Wasser weg. Jede Menge. Ja, das ist aber doof. Ja, das ist aber doof. Die anderen Pilze kann man essen, die, äh... die... ...ne, geben sie nicht. Ne, geben sie nicht. Mushroom is black, is moonlight, moonless, midnight, luschen... Ah, okay, hier gibt's ne Aquatic Silze. Echt? Ja, die blauen, die aussehen wie so'n... ...keine Ahnung... ...wie so'n Tannenbaum oder... Aquatic? ...keine Ahnung was. Achso, die, äh... ...es Serbik. Äh... Ja, genau. Es Serbik wahrscheinlich. Keine Ahnung, wie die... ...wie man das da nennt. Ja, stimmt. Also erstmal Skins rausschmeißen. Brauen wir nicht, brauen wir nicht, brauen wir nicht. Weg, weg. Wobei, warte mal. Ne, den behalten wir mal. Kann ich schon... Wirst schon noch ein paar mal sterben. Vor allem, warum ist denn das, äh... ...das Implantatraum? Hat denn das so'n großes Icon jetzt? Fleisch. So. Äh, bla, wo bist du denn jetzt? Beschreib mal deine Gegend. Pilze. Steine. Sag was. Ich will mich nur ganz gut ausrüsten. Ein bisschen dann, äh... Dann sind wir... Dann bin ich echt ganz in der Nähe. Kann ja eigentlich gar nichts machen, ne? Raptor, weiß der Geier, alles da. Raptor welches Level, weiß ich nicht, ne? Also der uns getötet hat, war 32. Ich hab hier so'n, äh... Paracetamol Vieh. Paracea ist vor mir. Ach, Mist, ich idiot. Ja, okay. Wie kann man denn, ich hab'n Lagerfeuer an? Ja. Wo bist du denn? Ich hab'n meine Gegend. Also ich hab' hier... Ich seh' von hier unten so'ne große Plattform. Oben. Was? Da ist so'ne... Da ist so'ne Plattform mit so... Äh, also an diesem See ist oben so'ne Plattform. Ja. Da, wo das Bino drin war, ne? Und wo die Krabben immer hoch und runter hüpfen. Ja. An dem See. Wenn du da mal hoch guckst, ist so'ne Plattform. Ähm... Ansonsten seid ihr bei einem anderen See. Ja, wir hatten ja die gleiche... Ach, die... Ja, da ist eine, ja. So, wenn du auf der Plattform stündest und geradeaus nach unten guckst, ein bisschen nach links drehen, da bin ich. Also wenn du geradeaus nach unten guckst, siehst du die Krabbe, die auf den Boden haut. Immer, die ganze Zeit nur. Mehr oder weniger. Und wenn du dann ein bisschen nach links guckst und gucken würdest, da bin ich. Am Rand vom Wasser. Unter der Plattform? Nee, auf der anderen gegenüberliegenden Seite. Okay. Ich versuche nicht mal hinzukämpfen. Das sind halt Krabben. Und ich glaube, dass die dich bestimmt worden hätten, so mit... Also mit dem Level, was wir jetzt sind. Ich hab Stoffkleidung an. Ja, dann nicht. Dann bist du natürlich gut ausgerüstet. Denk ich mir. Ja? Denk ich mir auch. Gibt's bei dir was zu essen? Ich hab Pilze, aber ansonsten ich kann Bären fahren. Warte mal. Hier sind jede Menge Büsche. Ich hol da mal so einen Bären. Ich hab ja nen Kühlschrank da. Ich hab ja nen Kühlschrank da. Also bis jetzt hab ich zumindest hier noch nix, ähm, ähm, totbringendes gesehen. Hallo! Ich hab ja auch auf Holz. Ach mal da. Hallo! Wo wart ihr jetzt die ganze Zeit? Nimm an! Äh, ich kam von da hinten. Von wohin? Von hier. Von hier drüben. Ah, da hinten macht ihr okay gut. Wollen wir da hinten? Ich hab mich weil da sind Raptoren, ne? Ja. Gut, zu zweit wenn wir Sperer haben. Naja, das ist ein Raptoren. Ein Raptor, sondern ein Raptoren. Okay, dann, äh. Hm. So, Shadow, jetzt müssen wir dich mal noch irgendwo einsammeln. So, ich bin hier noch bei den Spinuta. Okay, dann gehen wir da mal hin, ne? Ich kann halt nicht so schnell, ne? Ja, ich muss erst mal was essen. Was, was gibt's hier Hunger? Hier, da hinten sind Bären drin. Naja, gibt's nicht irgendwelche Pilze, die hier? Naja, aber nur ganz wenig. Das sind die Runden, die, die hier, äh, hier werden das diese Runden hier. Das sind die Aurek, ne Quatsch, ne das sind nicht die Aurek, sondern die heißen, warte mal. Die heißen, Agaravage. Wenn ich das richtig ausspreche. Okay, ja. Und die hier? Okay, vielleicht ess die einfach. Ja, die geben ganz leicht Hunger. Da muss halt aber echt viel von essen, glaub ich. Ja, gibt's ja hier genug. Ich glaub, das ist schwer, aber besser sonst. Ähm, da ist irgendwie so'n, was heißt das? Poison Immun. Wenn du das Ding isst, bist du Poison Immun. Ah, das deckt sich glaub ich sogar, kann das sein? Ja, kann sein. Ja, dann. Uiuiui. Das stelle ich mir missbraucht vor im PvP. Oh, oh, warte, 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 was ist denn das, was denn das hier? Was ist denn das hier? Oh, Bienen, Bienen, stopp. Da wär ich lieber vorsichtig, ja? Ja. Das sind wohl Bienen. Willst du mal eben drangehen und, äh, grabben? Nein, danke. Peter, vielleicht. Äh, Shadow, bist du jetzt weiter nach oben gegangen? Ich hab'n Lagerfeueranhaltung, du müsstest mich sehen. Na, bist du weiter nach oben gegangen oder sollen wir am Strand suchen? Ich bin ein Stück höher, aber auch nicht so weit. Oh. Warte, mein Dodo. Ja, äh. Oh, da ist ein bisschen dran, grüner. Das war, glaub' ich, ich, da bin ich an Pilzen gestorben. Achso. Ja, das hast du ziemlich, äh, gut eingestellt. Anderthalb Stunden war, glaub' ich, der Timer. Ist das Standard? Äh, ist der, ist, meinst du so'n grünen Notstrahl, der, der bei Pilzen ist? Nee, er meint so'n Death-Dings. Achso. Oh, der Spino kämpft gegen die Paracere. Ja, genau. Siehst du das? Ja, das seh' ich. Wir sind, wenn du auf den See guckst, links davon. Kannst du uns abholen? Ja, warte, warte ich, du kannst das Fleisch senden dran. Boah, hast du das Fleisch her? Ja, ich hab' Dodo zugedötet. Achtung, noch ein Dienststock. Ja, ich hab's gesehen, ja. Da hinten ist aber auch irgendwie so was, äh, was Wildes. Oh, das ist ein Raptor. Man nennt das ein Raptor. Ganz hinten an der Wand ist auch was. Siehst es? Ja. Das ist ein neues Vieh hier. Ja, das ist was neues. Ich nehm, das wird diese nackt, äh, diese nacktmulch sein. Okay, die komischen Leuchtefächer präsentatisch. Was zählst denn du schon wieder? Hol' uns lieber ab. Nee, ich hab' nur geguckt, was er prässt. Der Raptor ist verdächtig. Na, Achtung, der könnte gleich auf uns zu rennen, komm. Ich hab' nur einen Speer, ne? Ich hab' sechs. Und Achtung, 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 und da kommt er. Kuschel dir schon wieder mit den Raptors da rum, lad. Kuschel dir schon wieder mit den Raptors da rum, lad. Oh, n' Schaf. Ich bin gleich tot, ja, ich bin tot. Ja, Raptors down. Ja, toll, super. Soll ich versuchen random zu spawnen? Äh, ja. Ich hab'n Schaf getötet. Ich weiß nicht, wie ich keinen Grunt kommt, glaub ich. Braucht mehr Hammelfleisch. Ich hab'n Schaf getötet. Also, ich warte hier mit dem Dodo. Der Spino kam jetzt auch ganz schön nah. Dein Zeug lass' ich mal da, ne? Ich denk' mal nicht, dass ich das tragen kann. Ich hab' nichts auf Gewicht gespielt, also von daher. Ja, aber ich bin schon fast voll. Also, der Spino kämpft jetzt gegen diesen... Aua, 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 die sind ja aggressiv, die Picher. Ich bin tot. Die Kommission Rollratten. Rollratten? Ja, die sich in die Erde buddeln. Ja, die sich in die Erde buddeln. Oh, Erdbeben. Erdbeben. Ich bin gestorben. Dodo, ganz ruhig. Ganz ruhig. Der Spino guckt mich an. Oh, geht. Jetzt hab' ich keine Ahnung, wo ich jetzt... Ich seh' da oben Lagerfeuer. Ja, das... Da war mein... Dings. Dann bist du richtig. Warum greif' mich jetzt... Verdammt noch mal die... Dinge einfach an, die... So ne Rollratte? Mega neu war's. Achso. Da passt' nur so welche Rollratten, die greifen dich auch an. Ich bin gleich im Spino noch los. Mega neu hat mich getötet, super. Erdbeben. Soll ich schon mal einen Freezer lernen? Ne. Mach mal, ja. Also man kann jetzt eh nur einen Schlafsack lernen. Ach, guck mal wer da rennt. Deckst du doch. Mhm. Hier ist ein Dodi-Cross-Level 48, naja. Ey, wir haben noch... Wir haben ein Dodo-Level 54. Woi. Ey, der Spino campiert jetzt hier, glaub' ich. Hallo, Blau. Ata ist halt. Hallo, Sheldon. Hallo, Sheldon. Alter, ist ihm das Dodo ewig. Ja, geh doch auf den... Geh doch auf den andere Vieh. Okay. Wo soll ich denn jetzt mit dem... Oh nein. Ja, Spino hat mich. Alles klar, Spino. Dankeschön. Ja. Okay, wollen wir vielleicht beim Tor spawnen? Ach. Da müsste ich mich jetzt nochmal umbringen. Kommt doch einfach zu den Lager vorhin. Wollen wir mal beim Tor gucken? Ja, jetzt bin ich auch gespawnt. Wobei, gut, das wäre jetzt kein Hindernis nochmal zu sterben, aber... Irgendwann ist hier lauter alles voller solcher grünen Lutsträle. Strahls. Ja, aber... Uch, da ist ein fliegender Kano. Guck mal, ich habe hier einen fliegenden Kano gesehen. Wenn wir jetzt nicht vorankommen, bringt das ja auch nichts. Da ist auch nochmal was. Das ist so ein Leuchtding. Ein Bulldog. Oh, den kann man passiv zähmen. Ja, am besten Hammelfleisch. Oh, die Nahrung. Ähm, der frisst nur Fleisch. Bin grad bei einem dran, aber es dauert ewig. Hier eine Tasche. Von wem ist die? Meine wahrscheinlich, oder? Oh, ich hab... Oh, ich bin durch die Püße gelaufen. Owner, Tribe of Pernor. Sieht man leider nicht genau, wer es ist. Ohhhh. Ohhhh. Komm schon wieder. Lächster. Boah, ich bin ins Wasser gelaufen und hab das gar nicht mitgekriegt. Alter, wie lange dauert es denn, wenn der gezimt ist. Ähm, der Dodo ist wahrscheinlich tot, ne? Der ist tot, ja. Ah, hi. Dein Zeug hast du ja gekriegt da hinten, ne? Mein Zeug hab ich wieder. Oh, meins ist beim Spino. Ne, ne, ich bau den. Genau da vorne ist es. Ja, dann würde ich sagen, tötet man Spino, ne? Achtung, 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 Achtung. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Und dann nochmal was. Alter. Alter. Was war er ins denn tot? Was macht die denn da? Ja, Portal oder wie? War das ein Ja? Ja, von mir aus. Ich mein, ich hab ja jetzt nichts großartiges, was ich verliehen könnte. Ich glaube, hier gibt's gelbes Kristall. Okay, also sterben wir nochmal. Und. Grüß'n Schaf. Töte es. Gott. Gib mir Stein. Gib mir Stein. Gib mir Stein. Gib mir Holz. Gib mir Holz. Gib mir Holz. Also starten wir beim Tor. Jupp. Dann renne ich mal eben zu den Raptoren hin. Also doch noch mal Neue oder was? Naja, beim Tor sein. Okay, dann geh ich mich irgendwo hin. Aber ich tue Feuerstage vorher noch gucken. Easy ist. Oh, es gibt aus den Bäumen gibt's seltene Pilze. Also aus den Pilzen gibt's seltene Pilze. Weil die auch sind. Weil die auch sind. Nicht von den Pilzen, ne? Ah, ich hab die Wollrate beklaut. Die Dinger waren von der Wollrate. Okay, gut. Was denn für Dinger? Ähm, ach, da waren so, 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 äh, leuchtende kleinen Kükelchen. Okay, dann weiß ich auch, warum mich das Vieh verfolgt hat. Dann hab ich wohl das gleiche gemacht. Hehehehehe. Ja, Blue Jam und Yellow Jam hab ich glaube ich auch so. Ja, das kann sein, dass das dann von dem ist okay, ja. Wobei die fallen ja auch runter, wenn's Erdbeben gibt, ne? Ja, auch vielleicht, äh, packen die sich ein beim Erdbeben. Und da kommt halt das bei rum. Ich glaub jetzt an Spino und lass mich töten. Das bei mir ist nicht ein Dino. Ah, Shadow wurde getötet. Also jetzt beim Torspawn, ja? Ja. Also ich bin jetzt grad unten am Tor, äh, ich renn dann gleich hoch. Der Spino müsste eigentlich schon ein Level abhaben. Ich grebbe, ich grebbe jetzt nur mal ein paar Büsche, damit ich den Bären und Fiber hab, um Rüstung zu machen. Hi Dominic! Sehr gut, dann Dach. So. Bin auch da. Hm. Bin da. Oh, die kann ich nicht aufsammeln, schön. Wo gibt man jetzt ja eigentlich dann sonst Holz her? Äh, an den Pilzen, an den großen. Ja. Gibt ja auch Bäume, wenn's keine Pilze gibt. Ah, es steht da, wer die fallen, ja klar, hätte man natürlich auch gucken können. Es steht da natürlich dran, wer, äh, wer sowas fallen gelassen hat. Die ist wie wenn du ein Ei rauspropst oder, oder selber kackst, ne? Da könnte man dann nämlich mal gucken, ob man's aufsammeln kann oder nicht. Ja, gut, dann verhält sich das wie so ein Ei, ne? Weil Campfire lerne ich jetzt erstmal erstmal lieber nicht. Water Skin wär vielleicht nicht schlecht. Fletch Foundation wär ganz gut. Ja, apropos, wo ist denn hier Wasser? Ähm. Ja, ich decidriere. Ja, Raptor, schön. Das ist es hier leicht, da darf kein Raptor sein. Nicht aber ein Raptor. Wie komm ich denn von irgendeinem Pilz, äh, irgendwie... Wasser? Äh, ich glaub ja, von den, äh... Äh, das waren welche, da hab ich glaub ich... Ne, Quatsch, Entschuldigung, das hieß nur, sie sind Refreshing, aber... Die machen wahrscheinlich Stamina oder irgendwas damit auch voll. Ja, du kennst dich 3% mit Operation raus, dann kennst du dich schon mal 3% mehr aus, als wir. Oder vielleicht jetzt 2. Ich hab jetzt jede...